Hallo liebe Arena-Freunde! Auch dieses Jahr sind Heike und ich wieder hier in Gerlstein zu einer lustigen Rodelparty. Sieben Kilometer Rodelspaß liegen vor uns. Die Rodelbahn ist bis 1 Uhr nachts beleuchtet und ich würde sagen, jetzt geht's los, oder? Starten wir! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das hat wieder super viel Spaß gemacht. Ja, wie immer. Probiert das auch aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.